Salut! Heute lernt ihr, auf Französisch einzukaufen oder etwas zu bestellen. Dazu braucht ihr den Ausdruck Je voudrais. Dabei helfen euch heute Nicolas und seine Mutter Marie. Salut, c'est moi, Marie. Nicolas et moi faisons les courses ensemble. Bonjour, Madame. Salut, Nicolas. Bonjour, je voudrais deux croissants, s'il vous plaît. Voilà, deux croissants. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Du kannst außerdem 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 auf www.sofatutor.com Vielen Dank.